Seid ihr herzlich willkommen! Ein Tagesimpuls am 22. September Es ist sehr wichtig, dass du in Vertrauen bleibst. Er trifft wichtige Entscheidungen und er beherrscht die Situation. Kommt eine Annäherung und er zeigt seinen Gefühlen. Es kommt ein Neuanfang. Nicht nur in der Liebe, sondern auch beruflich. Eine neue Periode beginnt in deinem Leben. Oft wird es so sein, dass er trifft die Entscheidung. Aber was für dich persönlich wichtig ist, bleib im Vertrauen. Es wird alles so sein, wie das im Schicksalsbuch geschrieben ist. Du bist sehr spirituell, kann sogar sein, daran liegt deine wahre Berufung. Das könnte beruflich ein Neuanfang sein. Und bleib im Vertrauen. Er handelt und er zeigt seinen Gefühlen und spricht offen über seinen Plänen. Und das war der Tagesimpuls. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera Eure Dendera 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 Vielen Dank.